Die NPD-Fraktion hat im Sächsischen Landtag einen Antrag eingebracht, der die monatliche Zahlung eines Mütter- bzw. Elterngehaltes vorsieht. Durch eine direkte finanzielle Anerkennung der eigenen Erziehungsleistung soll deutschen Paaren die Entscheidung zur Familiengründung leichter gemacht werden. Der Betrag von 1000 Euro netto monatlich soll ganz oder teilweise in die staatliche Kinderbetreuung fließen oder unmittelbar an die Eltern ausgezahlt werden. Die familienpolitische Sprecherin der Fraktion, Gitta Schüssler, über das Anliegen des Antrages. Ja, in diesem Antrag geht es ein weiteres Mal um unsere Forderung nach einem Müttergehalt. Wir sind diesmal von einer etwas anderen Seite herangegangen und zwar wollen wir die Voraussetzungen, die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen prüfen lassen, unter denen es möglich wäre, den Betrag, der jetzt für die Ganztagsbetreuung aufgebracht wird, praktisch in Form eines Müttergehalts direkt an die Eltern auszuzahlen. Der Grundgedanke hinter dem Müttergehalt ist, dass die Erziehungsleistung bis jetzt nicht ausreichend gewürdigt wird. Jede Mutter verdient ein Gehalt für die Leistung, die sie nicht nur für Süßere, sondern für die ganze Gesellschaft erbringt. Wir sehen das Müttergehalt als ein Steuerungsinstrument, was uns helfen kann, die demografische Katastrophe, auf die unser Volk unerfällig zusteuert, aufzuhalten, wenn nicht gar umzukehren. Nach unseren Vorstellungen sollte dieses Müttergehalt derzeit 1.000 Euro netto betragen und von der Geburt bis zum dritten Lebensjahr des Kindes gezahlt werden. Es sollte natürlich auch voll sozialversicherungspflichtig sein. Der Fraktionsvorsitzende Holger Apfel nahm dazu in der Plenardebatte Stellung. Die Geburtenrate lag in Sachsen zuletzt bei etwa 1,44, was im Bundesvergleich noch ein guter Schnitt ist. Sie müsste aber statistisch gesehen bei 2,1 pro Frau liegen, damit der Volksbestand wenigstens gehalten werden kann, die Abwanderung noch nicht mit berücksichtigt. Nehmen wir einmal an, es ist mir schon vollkommen klar, dass Ihnen der Begriff des Volkes im Herzen weh tut, weil Sie ja allesamt Vertreter der Volksabwicklerparteien sind. Aber nehmen wir nun einmal an, durch Familien- und bevölkerungspolitische Maßnahmen, wie Sie in unserem Antrag zum Ausdruck kommen, würde die Geburtenrate in Sachsen auf diesen magischen Wert von 2,1 steigen. Dann wären es großzügig gerundet 50.000 statt 33.000 Kinder, die künftig jährlich in Sachsen geboren würden. Und das muss unser Ziel sein. Auch diesmal wurde wieder deutlich, einzig die NPD-Fraktion setzt sich aktiv für deutsche Familien ein.